moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem cold war video möchte ich euch zeigen wie ihr wieder überall durch die wände könnt mit dem dr rutscher perk und zwar gibt es dort eine neue methode und diese zeige ich euch jetzt in diesem video als allererstes braucht ihr natürlich das dr rutscher perk und danach macht es genauso wie vorher auch leute ihr rennt gegen eine wand leidet dann und kurz bevor ihr die wand berührt drückt ihr zweimal pause also geht in das pause menü und wieder raus und danach müsst ihr irgendwo drüber klettern wo ihr in dieselbe richtung klettert wo ihr gescheitert seid also mein fall wäre es hier aber vorher drückt ihr einmal auf pause macht pause weg dann klettert ihr direkt danach rüber und ihr seid dann hinter der wand leute in diesem spot könnt jetzt hier unter der treppe chillen und die ganzen zombies werden sich über euch versammeln diese methode ist zwar ein bisschen schwerer als die davor aber leute wenn ihr auch einmal dieses gefühl drin habt wie bei dem glitch davor ist das auch ganz easy ich werde jetzt in zukunft noch mehr spots davon hochladen von diesem glitch auch auf anderen maps so leute wenn ihr hier wieder raus wollt dann müsst ihr einfach den ether schleier benutzen und ihr seid wieder draußen so das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja dann lasst doch ein like das schreibt mir in die kommentare um den algorithmus ein bisschen zu pushen und falls noch kein abo bei mir ist kannst du jetzt an dieser stelle kostenlos abonnieren und die glocke aktivieren damit du immer auf den neuesten stand bleibt viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal